Oh, ich komme aus dem Emsland. Wo denn? Aus Haaren an der Ems. Das ist so, Gott, zwischen Meppen und Papenburg. Und ich war sieben Jahre in Meppen auf der Schule. Wo da? Im Gymnasium. Windhorst? Ja, ich bin da von 54 angewiesen. Genau, von 54 bis 62. Das war meine Meppener Zeit. Das ist einfach echt eine wunderbare Ecke im Emsland. Sonntag, 7. April 2024. Willkommen bei Indubio, dem Podcast der Achse des Guten. Mein Name ist Gerd Bührmann. Botswana will 20.000 Elefanten nach Deutschland abschieben. Als ich diese Schlagzeile in der Bild-Zeitung gelesen hatte, glaubte ich erst, das ist ein April-Scherz. Aber dann habe ich mir nochmal genau das Datum angeschaut und es war der 2. April. Und da wurde mir klar, das ist kein Scherz. Das ist ernst. Und mit dieser ernsten Angelegenheit hat sich dann auch Ulrike Stockmann beschäftigt und hat für die Achse des Guten den Kommentar geschrieben, Deutschland nimmt jeden, dann auch Elefanten. Und deswegen hören wir nun einen kleinen Auszug aus diesem Artikel von Ulrike Stockmann selbst vorgelesen. Botswana will 20.000 Elefanten nach Deutschland abschieben, titelte Anfang der Woche die Bild-Zeitung. Die skurrile Schlagzeile hatte einen ernsten Hintergrund. Unsere grüne Umweltministerin Steffi Lemke will Jägern die Einfuhr ihrer Trophäen aus Afrika verbieten und handelt damit gegen das Interesse der jeweiligen afrikanischen Länder, in denen kontrollierte Jagd die Wildtierbestände sichert, Wohlstand bringt und Wilderei eindämmt. Länder wie Botswana leiden nach jahrzehntelangem erfolgreichen Artenschutz unter einer Elefantenplage. Der boswanische Präsident Massisi hat laut Bild jedenfalls die Faxen dicke und fordert von Deutschland die Aufnahme besagter 20.000 Dickhäuter. Aber nur in freier Wildbahn, bitteschön. Wir akzeptieren kein Nein, so Massisi. Besserwisserische Grüne sollen dann selbst sehen, wie man mit der Überpopulation der Tiere ohne Jagd fertig wird. Der einzige, seit 1835 in Deutschland in freier Wildbahn wieder aufgetauchte Braunbär Bruno der Problembär überlebte im Mai 2006 übrigens nur ein paar Wochen, bis er zum Abschuss freigegeben wurde. Er ist jetzt ausgestopft im Museum Mensch und Natur in München zu bestaunen. Und im Vergleich zu einem schlecht gelaunten Elefanten ist so ein Braunbär geradezu ein friedfertiges Wesen. Die genervten Afrikaner sprechen inzwischen gar von rassistischen Tendenzen der grünen Schlauberger. Ende März hatte der boswanische Umweltminister seine Amtskollegin in Berlin aufgesucht. Sein Fazit? Die Grünen schauen auf uns mit Verachtung. Er nannte die Grünen zerstörerisch. Sie seien Fundamentalisten, die aus Ideologie handeln. Laut Präsident Massisi leben in Botswana aktuell mehr als 130.000 Elefanten, die sich pro Jahr um 6.000 Exemplare vermehren. Der Präsident hat auf die hierzulande als niedlich geltenden Dickhäuter einen weniger romantischen Blick. In seinem Land würden Menschen von Elefanten totgetrampelt, Ernten vernichtet und Dörfer verwüstet. Mit Jagd könne man den Bestand steuern. Lemkes Verbot der Jagdtrophäen-Einfuhr fördere hingegen Armut und Wilderei. Trotz des ernsten Angebotes bewies Massisi Humor, als er betonte, die Tiere sollten hier frei herumlaufen dürfen, da das deutsche Wetter schon schlimm genug für sie sei. Das war ein Auszug aus dem Artikel Deutschland nimmt jeden, dann auch Elefanten von Ulrike Stockmann. Den ganzen Artikel können Sie auf der Seite www.achgut.com lesen. Botswana will Deutschland 20.000 Elefanten schenken. Diese Nachricht nehme ich zum Ausgangspunkt meines heutigen Gesprächs. Mein Gast heute ist der Journalist Kurt Gerhard. Er ist Afrika-Kenner, war mehrere Jahre für den Deutschen Entwicklungsdienst in Westafrika tätig und ist Mitbegründer diverser Vereine und Initiativen, unter anderem Mitbegründer der politischen Initiative Grundbildung in der Dritten Welt. Und heute ist er mein Gast. Schönen guten Tag, Herr Gerhard. Guten Tag. Ja, wie Sie gerade gehört haben, war mein erster Gedanke, als ich gehört habe, Botswana will Deutschland 20.000 Elefanten schenken, das muss ein April-Scherz sein. Als mir klar wurde, dass das kein April-Scherz ist, war mein zweiter Gedanke ein Begriff, den ich erstmals bei Ihnen gelesen habe, nämlich es ist ein Begriff, der auch in der Entwicklungshilfe immer mal wieder gerne benutzt wird. Mein Gedanke war, Botswana will jetzt also Deutschland 20.000 Elefanten schenken. Aber es ist ja nicht so, als hätte Deutschland nicht schon Botswana und vielen anderen Ländern südlich der Sahara schon einige weiße Elefanten geschenkt. Deswegen meine Frage an Sie, damit die Hörer wissen, warum ich diese Gedankenassoziation hatte. Was sind sogenannte weiße Elefanten? Weiße Elefanten sind Symbole gescheiterter Entwicklungshilfe. Wenn man durch Afrika fährt, dann ist es manchmal so, dass man den Eindruck hat, Afrika ist übersät mit weißen Elefanten. Das sind aber Traktoren zum Beispiel, die auf der Seite liegen, die irgendwann kaputt gegangen sind und da liegen geblieben sind. Oder es sind, ich denke jetzt mal eben, was ich an weißen Elefanten, eine gute, also deutliche Erinnerung habe, das sind Solarzellen, also nicht mal mit denen versucht wurde, Sonnenenergie nutzbar zu machen für Afrika, aber daraus ist nichts geworden. Und übrig geblieben sind die Installationen, diese Spiegel und Blech- und Stahlkonstruktionen, aber es ist nie daraus Energie abgeleitet worden. Also das sind weiße Elefanten. In Ihrem Kommentar Entwicklungshilfe ein Fehler für das Magazin der Pragmaticus schreiben Sie, ich zitiere, Wir sind mit unseren Ideen und Geldbeuteln dahergekommen und haben alle möglichen Projekte in die Landschaft gesetzt, die nie die Projekte der Menschen geworden sind. Mit dem Ergebnis, dass die Projekte verfielen, sobald die Helfer nach einigen Jahren wieder abzogen. Afrika ist voll von diesen sogenannten weißen Elefanten. Das ist Ihre Kritik an die Entwicklungshilfe? Das heißt, die Entwicklungspolitik zeichnet sich auch ein wenig dadurch aus, dass dort irgendwelche Gerätschaften hinverfrachtet werden nach Afrika, die dann dort aber gar nicht genutzt werden können? Ja, 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 natürlich. Ich erinnere mich noch an einen Fall. In Westafrika ist ja die Hirse ein Hauptnahrungsmittel. Und diese Hirse muss gedroschen werden. Die Pflanzen müssen gedroschen werden und dann gemahlen werden und gereinigt werden. Und dann muss die Spreu von der Hirse getrennt werden. Und das kann man mit Maschinen machen. Die sind erfunden. Und dann hatte sich mal, ich glaube, die Organisation, für die ich damals tätig war, der Deutschen Entwicklungsdienst, der hatte sich entschlossen, den Frauen, was ja sehr sinnvoll ist, die Arbeit leichter zu machen und sie von dieser mühseligen Hirseaufbereitung zu befreien, mithilfe einer Maschine, die dieses Dreschen und Reinigen übernimmt. So eine Maschine stand auf dem Hof unseres DED-Büros in Niamee im Niger, wo ich gehört habe. Und man sollte meinen, die würde uns aus der Hand gerissen, diese Maschine, aber die stand und stand. Und keiner wollte sie haben. Da haben wir gesagt, Kinder, das kann doch nicht sein. Das Ding war ja teuer. Und der Transport von Europa nach Niamee, da war ja auch sehr teuer. Und jetzt stand jahrelang die Maschine auf dem Hof unseres Büros und ging nicht weg. Irgendwann ist sie dann doch verschwunden. Aber ich glaube, auf realem Wege. Also die hat sich niemand geklaut. Sondern das war so ein Beispiel. Offenbar ist da was geliefert worden, das niemand haben wollte. Oder es ist der Gebrauch dieser Maschine und der Erleichterungskarakter dieser Maschine überhaupt nicht vermittelt worden. Oder jedenfalls ohne Erfolg. Dass die Leute nicht verstanden haben, warum diese Maschine für sie nützlich sein könnte. Das ist in ganz vielen Fällen so. Und deswegen muss man die Leute auch oft, das ist für mich ein Hirngespinst, animieren, Animateur. Das ist ein eigener Berufsstand fast in der Entwicklungshilfe. Das sind die Leute, die durch die Gegend ziehen und zum Beispiel einen Brunnen in einem Dorf bauen wollen. Aber da die Leute den oftmals gar nicht haben wollen, müssen dann diese Animateure, müssen mit den Leuten reden, müssen sie überzeugen, dass so ein Brunnen wie sie ihn bauen, sehr gut ist und so weiter. Aber wir schwatzen den Leuten, was auf Animateure könnte man auch Aufschwatzer nennen. Ich habe in den letzten Jahren nicht mehr so viel von denen gehört, vielleicht sind die ausgestorben, waren aber zu meiner Zeit in den 80er-Jahren weit verbreitet. Jedes Projekt wurde begleitet von Animation, von Leuten, die also den Betroffenen, die den Profiteuren eigentlich erklären mussten oder wollten, warum sie profitieren könnten. Aber manchmal wurden die Leute auch bezahlt dafür, dass sie den Bau eines neuen Brunsens zuließen oder sonst eines Hauses oder einer Schule oder was weiß ich. Die Dinge standen schon damals sehr auf dem Kopf. Die Aufgabe eines Animateurs ist es ja, den Leuten Lebensfreude zu geben, die Leute zu unterhalten, damit sie dann selber aktiv werden, damit sie zur Aktion greifen. Das ist ein anderer Animateur. Ja, aber es passt. Der Vergleich passt. Denn die erste Regel oder die goldene Regel beim Helfen lautet, ja, und ich habe sie auch bei Ihnen gefunden, nur wenn jemand bei Anspannung aller geistigen und körperlichen Kräfte seine Probleme nicht selbst lösen kann, muss man ihm helfen. Und nur, soweit nötig. Sobald er selbst vorankommen kann, hat man sich zurückzuhalten. So ist es. Das ist etwas länger ausgeführt. Der wesentliche Inhalt des, jetzt langsam, Subsidiaritätsprinzips. Das ist eine sprachliche Erfindung, die aus deutschem Hirn gekommen ist, von zwei Jesuiten, die eine päpstliche Enzyklika geschrieben haben, im Jahre 1931. Und in dieser Enzyklika, die natürlich aus Rom gekommen ist, sind ja alles päpstliche Schreiben. Darin ist das formuliert, anders formuliert, aber dem Wesen nach genauso, wie das, was Sie eben vorgelesen haben. Und das Subsidiaritätsprinzip ist eigentlich das Grundgesetz allen Helfens. Wenn die Eltern ihren Kindern helfen, wenn die Europäische Union Mitgliedsstaaten unter die Arme greift, dann geht es immer, wenn es gut geht, nach den Grundsätzen des Subsidiaritätsprinzips. Und eine der großen Sünden, die die Welt in Afrika gemacht hat, die Entwicklungshilfe-Welt, ist, dass sie an diesem Prinzip vorbei operiert hat und eben auch geholfen hat, wenn die Menschen dort in Afrika, also ich rede über Afrika, da sind meine Erfahrungen, an sich in der Lage gewesen wären, die Aufgabe, die haben, selbst zu lösen. Ganz einfaches Beispiel, der Wegebau, der Straßenbau. Dass wir in Afrika Straßen und Wege bauen, ist an sich ein Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip. Denn zu sagen, ja, das können die nicht selbst, ist ja eine Beleidigung. Natürlich können die das selbst, ein frisches Beispiel ist, aus einem ganz anderen Näherteil. War das nicht Peru, wo mit deuter Entwicklungshilfe ein Fahrradweg oder Fahrradflege geboren werden sollten? Das ist ja auch so ein Fall, nicht? Das ist ja eine Unverschämtheit den Peruanern gegenüber. Denn das setzt ja voraus, dass die das selbst nicht können. Und deswegen müssen wir das machen. Das ist also nicht nur ein Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip, sondern auch noch eine Herabsetzung oder eine Kränkung der Menschen, die dort leben in Peru. Genau, das hat ja der Botswanderer, der frische Präsident Massisi auch in Worte gefasst, als er sein Geschenk, der 20.000 Elefanten begleitet hat, mit den Worten, Deutschland solle mit den Tieren so zusammenleben, wie ihr es uns vorzuschreiben versucht. Und da ist das Wort vorzuschreiben besonders wichtig. Sehr oft haben Menschen, auch in Afrika, das Gefühl, dass die Entwicklungshilfe gar keine Hilfe ist, sondern ein Vorschreiben, oder? Naja, das ist eine Mischung. Aber dass etwa deutsche oder europäische Entwicklungshilfer nach Afrika gehen, um denen da was vorzuschreiben, das ist, glaube ich, nicht richtig. Aber es ist oft falsch verstandene Hilfe. Es ist falsch verstandene Hilfe. Man darf nicht selbst das tun, was die Afrikaner selbst tun können. Ich kann Ihnen zeigen, wie man es macht, wenn Sie es denn wissen wollen und uns fragen, sagt mal, wie löst man das Problem? Dann können wir sagen, ja, dafür haben wir eine Lösung. Und das können wir euch sagen. Übrigens, die Welt verändert sich ja in vielerlei Weise, in enormer Geschwindigkeit. Und eigentlich müssen wir gar kein Wissen mehr nach Afrika und andere weniger entwickelte Länder bringen. Denn, ich sage gern, das Weltwissen steht eigentlich den Menschen bis zum letzten Dschungelbusch in Afrika und sonst wo an der Welt zur Verfügung, nämlich übers Internet. Sie finden doch alles Lebenswichtige im Internet. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Wie man glücklich wird, steht da wahrscheinlich auch, aber nicht für jeden anwendbar, so wie es da steht. Nein, ich will nur sagen, das Weltwissen, dabei bleibe ich, steht zur Verfügung. Das müssen wir den Menschen in der dritten Welt nicht mehr bringen. Vor 100 Jahren war das anders. Sie haben gerade das Subsidiaritätsprinzip angesprochen, ein wirklich schwieriges Wort. Und es lässt sich ja so zusammenfassen mit, was die kleinere Einheit lösen kann, soll doch bitte auch die kleinere Einheit lösen. Absolut. Schauen wir uns mal die Politik in den Ländern südlich der Sahara an. Ich würde eher sagen, das sind eher korrupte Regime. Wenn man dort also Entwicklungshilfe leistet, in der Hoffnung, dass dann die Hilfe und das Geld auch in den kleineren Einheiten ankommt, kann man doch vermuten, dass das Geld vermutlich nicht in den kleineren Einheiten ankommt, oder? Da ist sicher ganz viel dran. Also, Afrika wird von zu vielen Menschen regiert, die nicht das Wohl der Völker im Sinn haben, sondern die Höhe des eigenen privaten Bankkontos. Das ist ein Problem. Ein afrikanischer Freund sagte mir vor nicht langer Zeit, sagte Kurt, du musst das mal endlich verstehen. Politik in Afrika bedeutet nicht, was Politik in Deutschland bedeutet. In Afrika bedeutet es, dass diejenigen, die die Politik betreiben, für sich sorgen, finanziell. Das Geld, an das sie rankommen, für sich nehmen und für ihre Großfamilie. In Deutschland ist es weit überwiegend so, dass die Politiker, die Regierungs- und Beeinflussungsmöglichkeiten und Beeinflussungsmöglichkeiten auch finanzielle Möglichkeiten, dass sie diese Möglichkeiten einsetzen dafür, dass es den Menschen in ihrem Land besser geht. Das ist der große Unterschied. Das klingt hart, aber ich glaube auch, das ist so. Und die Oberschicht in den meisten afrikanischen Ländern besteht aus Blutsaugern. sie saugen das Blut, das im Volk fließt, wenn man in dem Bild bleiben will, für sich selber aus. Und so kann nichts werden. Das Merkwürdige ist, dass die Völker sich dagegen nicht wehren, nicht genug wehren. Es kommt immer mal wieder jemand an die Staatsspitze, etwa vor Jahrzehnten in Burkina Faso, da war das Thomas Sankara, der hat die Dinge mal umgedreht, aber er hat letzten Endes nicht gesiegt. Wenn heute Politiker und andere Oberschichtmitglieder sich schamlos bereichern, zum Beispiel an den Einkünften aus Bodenschätzen, und die stehen ja nun allen zu, wenn die sich also daran persönlich bereichern, dann gibt es dagegen oft wenig Widerstand, nicht zuletzt deswegen, weil etwa die politische Opposition sich sagt, nee, nee, da gehen wir jetzt nicht anders, lassen wir mal so laufen, denn wenn wir dran kommen, möchten wir ja auch diese Vorurteile genießen können. Das muss man sich mal vorstellen. Da Sie gerade Burkina Faso angesprochen haben, ich musste immer an meine Schulzeit denken, die schon einige Zeit zurückliegt, und damals gab es noch diese großen Karten, die dann aufgehängt wurden an der Tafel, und dann war halt Erdkunde angesagt, und wir hatten damals noch richtig alte Karten, die wurden also nicht immer aktualisiert, und in meiner Jugend hieß Burkina Faso noch Oberwolter. Daran erinnere ich mich noch ganz genau, da sind wir bei dem Thema, darüber müssen wir auch sprechen, wenn wir über Afrika sprechen, nämlich die... Noch eine kleine Ergänzung, der besagte Thomas Sankara, der Präsident war, der hatte sich an die Macht geputscht, war eine Weile, paar Jahre Präsident, ist dann ermordet worden, der hat diese Namensänderung vorgenommen, von Oberwolter zu Burkina Faso. Und da sind wir bei dem Thema Kolonialgeschichte, und darüber müssen wir auch sprechen, denn das ist ja immer das, was auch gerne Deutschland, Europa, dem Westen vorgeworfen wird. Durch die Kolonialgeschichte haben sie überhaupt erst Afrika in die Situation gebracht, in der sich Afrika gerade befindet. Was sagen Sie zu dieser Erklärung, die man ja doch sehr oft hört? Unsinn. Kurze Antwort, aber dann frage ich nach, für all die Leute, die finden, dass das kein Unsinn ist. Warum glauben Sie, dass es Unsinn ist? Also die Welt besteht nicht aus Schwarz und Weiß, nur aus Gut oder nur Böses, sondern aus Grau, aus unterschiedlicher Stärke von Grautönen. Und mit dem Kolonialismus ist das natürlich auch so. Im Hintergrund jedenfalls der Kolonisatoren war auch viel Menschenverachtung. Die Menschen in Afrika sind ja behandelt worden wie Tiere zum Teil. sind ja nicht in ihrer menschlichen Natur, die für alle Menschen dieser Welt gleich ist, begriffen worden, sondern in herabsetzender Weise. Das war ein Element. Zum anderen aber ging ja die politische Kolonisatoren Zeit Hand in Hand, zum Beispiel mit Missionaren. Die wollten natürlich aus den Menschen dort Christen machen, zum Beispiel. Aber sie haben noch mehr gemacht. sie haben Schulen gebaut. Noch in meiner Zeit war es so im Niger, ist ein komplett islamisches Land. Da waren französische katholische Missionare. Die kamen aus Marseille, da war das die Zentrale dieser Redemptoristen. Und die hatten in Niamé eine Schule gebaut, die hatte so ein Renommee, dass die Leute in der Staatsspitze ihre Kinder auf diese Kolonisatoren Schule geschickt haben, weil es die beste im Lande war. Außerdem hat die Kolonisation natürlich auch andere Dinge in die Länder und in die Völker gebracht, zum Beispiel Gesundheitshilfe, die dazu geführt hat, dass manche Plagen ausgerottet werden könnten. Das ist ein vielgestaltes Bild. Es gab ganz viel Ausbeutung natürlich. Menschenverachtung, Ausbeutung, da ist ein Paradefall, wenn man sowas überhaupt so nennen darf, etwa der Kongo. Die belgischen Ausbeutereien im Kongo. Ganz schlimm, ganz schlimm. Sie sehen heute noch in Brüssel und etwa wenn Sie auf der Straße nach Terwüren fahren, Reichtum, der seine Wurzeln in der Ausbeutung des Kongos hat. Also es ist von allem, von vielem etwas, aber man kann nicht sagen, dass die heutige Situation auf die Ausbeutung oder was von damals zurückzuführen sei. Das ist Unsinn. Denn inzwischen sind viele Jahre vergangen, es ist unglaublich viel Entwicklungshilfe geflossen und es ist Bildung transferiert worden, junge Afrikaner sind auf die besten europäischen, amerikanischen, chinesischen, russischen, Universitäten geholt worden und da hat also ganz viel eigentlich nützlicher Transfer stattgefunden. Leider haben es die Afrikaner, die Afrikaner, also Sie wissen, wenn ich meine, man muss vorsichtig sein, Afrika besteht aus 54 Ländern und es gibt Unterschiede zwischen einen, aber einige Dinge kann man schon verallgemeinern. Deswegen kann man vielleicht es umschreiben und sagen, in Afrika ist es nicht genügend gelungen, aus all diesen Aktivposten, die ich eben erwähnt habe, wirklich Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung entstehen zu lassen und das ist das Entscheidende. Wenn ich bessere Schulen haben will, bessere Gesundheitsversorgung, dann brauche ich dafür Geld und das muss erwirtschaftet werden. Afrika erwirtschaftet fast nichts. Afrika lebt in schädigendem Maße von Geschenken und das macht die Mentalitäten kaputt. Entwicklungshilfe ist Geschenk. Bodenschätze, von denen Afrika ja strotzt, sind ein Geschenk der Natur. Die Rücküberweisungen, die sogenannten von Afrika Afrikanern, die in der sogenannten Diaspora weltweit leben und die Geld nach Hause schicken, sind ein Geschenk für die Menschen, die in Afrika leben. Zu viele Geschenke verderben der Mentalität und ich glaube, dass das ein wesentlicher Effekt ist, also diese Geschenke aus den eben genannten Quellen, die eine Haltung hervorgebracht haben, die Haltung ist die der ausgestreckten Hand. Betteln und das ist nicht das, was zur Entwicklung führt. Zur Entwicklung führt, ist das, was Sie am Anfang gewähnt haben, dass man seinen Geist und seine Körperkräfte anstrengt für die eigene Entwicklung. Das ist der beste Weg. Zu einer guten Entwicklung gehört eben auch eine gute Ausbildung und eine gute Bildung. Ich kenne mich nun in der Region der Sub-Sahara nicht aus und deswegen mal die Frage, wenn man als junger Mensch in einem Land südlich der Sahara studieren möchte, was sind denn so die typischen Universitätsstädte südlich der Sahara? Die gibt es nicht. Es gibt ja dieses europäische Programm, ich argumentiere jetzt indirekt, aber ich glaube, das macht es deutlich. Es gibt das Erasmus- Programm. Junge Leute, die in Deutschland studieren oder auch nicht studieren, aber die können in ein Land auch der dritten Welt gehen, um dort ein Jahr oder vielleicht zwei Jahre zu verbringen, das weiß ich nicht. Ich habe mal nachgesehen, es gibt so gut wie keinen europäischen Studenten, der im Rahmen der Erasmus-Förderung in ein Land Afrikas geht, weil die Universitäten, die es natürlich in großer Zahl gibt, nicht genug Renommee haben, als dass ein junger Mensch sagen könnte, oh, da muss ich hin, da wird gelehrt auf eine Weise, die mir gefällt, oder wird ein Stoff gelehrt, der mir nützt, es tut sich herzlich wenig. Das ganze Bildungswesen ist in hohem Maße notleidend, das fängt an, ja, Kindergärten gibt es wenig, also nehmen wir mal die Grundschulen. Die Grundschulen sind weithin in katastrophalem Zustand. Ich habe vor nicht so langer Zeit von einer Untersuchung gehört und habe auch das gesehen, dass der Bildungsminister, etwa im Niger, der diese Studien und diese Untersuchungen in Auftrag gegeben hatte, sagte, dabei herausgekommen ist, dass wir auf Lehrer gestoßen sind, die nicht bis 10 zählen konnten, die nicht wussten, wie viel 6 plus 3 ist, die also gar nichts wussten, die waren durch Vetternwirtschaft da in solche Posten gekommen, aber solche Lehrer, das ist nicht das Gros, aber es sind zu viele, von denen kann natürlich kein Kind was lernen. Das Bildungsniveau ist wirklich niedrig, ich kann das im Französischen ein bisschen beurteilen, denn Westafrika ist ja weithin Frankophon, das heißt, da ist als eigentlich fremde Sprache, das Französische in Gebrauch, muss allerdings auch sagen, ohne diesen fremden Sprachen könnten wir vielen Afrikanern untereinander gar nicht kommunizieren, Kamerun 188 sprachen, glaube ich, das heißt, wenn da nichts Verbindendes ist, können sie ja gar nicht kommunizieren. Und wie gesagt, der Anfang der organisierten, der systematischen Bildung ist die Grundbildung und das Niveau ist weithin eine Katastrophe. Deswegen bin ich der Meinung mit anderen, da muss man, wenn man was tun will, helfen, nur die Helfer, die sehen gerne schnelle Erfolge, die geben heute das Geld und sehen dann morgen schon den Erfolg. Bei Bildung geht das nicht. Ehe sie die Früchte der Bildung ernten können, vergehen Jahre. Da sie gerade die gemeinsame Sprache angesprochen haben, das war ja vor einigen hundert Jahren hier in Europa auch so, da war Latein die Sprache, die alle verbunden hat. Aber nur die Gebildeten. Das kommt. Aber irgendwann gab es eben die Emanzipation, die Leute konnten sich dann selbst bilden. Aber eine Verbindung war eben auch der Glaube. Und das ist sehr spannend, weil der Glaube hat ja auch hier in Europa erst mal kolonial gearbeitet, kam mit den Römern. Und dann wurde der Glaube erst mal aufgezwungen. Ich muss da immer an die sehr lustige Szene denken aus dem Film das Leben des Brian, wo dann die Revolutionäre zusammensitzen und fragen, was haben uns denn die Kolonialherren gebracht, was haben uns denn die Römer gebracht? Und dann wird aufgezählt, die Straßen, die Kanalisation, Theater, Bildung und Frieden. Und dann irgendwann sagt der Revolutionsführer, Frieden, fuck off. Und da merkt er, dass die Kolonialherren eben auch sehr, sehr viel gebracht haben. Natürlich, das war in Afrika auch so. Heinrich Barth war ein deutscher Kolonialforscher, hat sehr viel geschrieben und bei dem ist zu lesen, der war in Westafrika, mehrfach und lange Zeit. Da war Mord und Totschlag zwischen den Völkerschaften, die dort lebten. Und der Kolonialismus, das wird gern übersehen, hatte auch, jedenfalls in Teilen Afrikas, einen durchaus befriedenden Effekt. Wenn wir über den befriedenden Effekt von auch Religionen sprechen, müssen wir sehen, dass es auf dem großen Kontinent Afrika zwei Religionen gibt, die auch miteinander konkurrieren. Es sind zwei verschiedene missionierende Religionen. Wir haben das Christentum und wir haben den Islam. Zerreißt dieser Religionskonflikt auch ein wenig den Kontinent Afrika? Ja, das können Sie in Nigeria so sehen. Nigeria ist, glaube ich, immer noch der Volk reichte, das erfolgreichste Land und Sie haben da im Norden mehr den Islam und im Süden das Christentum. Können Sie sich vielleicht erinnern, es gab vor 50 Jahren den Biafra-Krieg und das war ja ein Separationskrieg, da wollten die Biafraner, die Christen waren, sich absetzen vom Rest des Landes und das führte eben dann zu dem Krieg. Es gibt immer noch übrigens diese Tendenzen, die noch mal gelegentlich auflodern, aber Krieg ist nie gut. Man kann auch Entwicklungsunterschiede sehen. Da, wo die Christen leben, etwa in Nigeria, funktioniert vieles wirtschaftlich besser, als dort, wo der Islam vorherrscht. Das ist so. Sie haben gerade den Begriff angesprochen, dritte Welt. Und ich weiß, dass sehr oft dieser Begriff gar nicht mehr so gerne benutzt wird. Es gab ja früher immer die sogenannten dritte Welt Läden. Heutzutage heißen sie eine Welt Läden. Und da musste ich an einen Begriff denken, den ich auch bei ihnen wieder gefunden habe. Und da ist es mir so ein bisschen kalt den Rücken runtergelaufen. Nämlich das Wort kommt aus dem Bundesministerium für Entwicklungshilfe. Und die haben sich darüber aufgeregt, dass man sehr oft in dem Zusammenhang mit Afrika von dem Krisen und dem Katastrophen Kontinent spricht. Und jetzt hat das Bundesministerium für Entwicklungshilfe beschlossen, wir erfinden einfach ein neues Wort. Das machen die ja gerne. Anstatt das Problem zu lösen, erfinden die einfach ein neues Wort. und das Wort heißt Chancenkontinent. Und allerspätestens, wenn das Bundesministerium für Entwicklungshilfe so ein Wort entwickelt wie Chancenkontinent, dann ist der berühmte Elefantencode richtig am Dampfen, oder? Ja, das gehört zu der Abteilung Unsinn, über die wir schon gesprochen haben. Die Meinung, man könne Probleme durch neue Wörter lösen. Deswegen ist ja auch nicht mehr angesagt, von Entwicklungshilfe zu reden, sondern irgendein darin, das weiß ich jetzt nicht mehr, wer es war, hat gesagt, nein, nein, das ist ja, was sich über andere erheben, denen man dann hilft, was natürlich ein Quatsch ist. Hilfe ist einer der nobelsten Begriffe der Menschheit. Und wir sollen nicht sagen Entwicklungshilfe, sondern Entwicklungszusammenarbeit, weil das so schön kurz ist. Aber das ist alles Unsinn. Das bewirkt gar nichts. Genauso wie früher, das haben wir in vielen Fällen nicht mal, als man nicht mehr sagte, Lehrlinge in der Ausbildung, sondern Azubis, dieses hübsche Wort. Aber wenn es wirklich Neues gibt, dann kann man ein neues Wort nehmen. Aber das Hantieren mit Wörtern bringt in der Regel gar nichts. Und das ist auch mit dem Chancenkontinent so. Ich bitte Sie. Afrika hat null Wachstum über weite Bereiche und überwiegend. Es tut sich in der wirtschaftlichen Entwicklung ganz, ganz wenig. Es gibt eine Massen Arbeitslosigkeit, vor allen Dingen von jungen Leuten, die enorm groß ist. Und man mag gar nicht an die Zukunft denken bei der hohen Geburtenhäufigkeit und den vielen jungen Leuten, die dann zukünftig auf der Straße stehen werden, weil es nicht annähernd genug Arbeitsplätze für sie gibt, angesichts dieser Betrachtungen von einem Chancenkontinent zu reden und nicht von einem Krisenkontinent, in dem übrigens auch aller Orten Kriege wüten. Es ist eine Art von Wirklichkeitsverweigerung, die ist ja kaum zu übertreffen. Das ist immer ein sehr schlechtes Zeichen, wenn Leute anfangen, einfach neue Worte zu entwickeln. Das Erste, was mir da einfiel, ist, wem bringen wir denn das Sprechen bei? Kindern. Das heißt, in dem Moment, wo ich merke, dass gerade Politiker nichts Besseres zu tun haben, als uns eine neue Sprache beizubringen, statt sich wirklich mit dem Problem auseinanderzusetzen, habe ich das Gefühl, ich werde von der Politik behandelt wie ein Kind. Ich soll lieber eine neue Sprache lernen, als dass ich irgendwie befähigt werde, das Problem dann tatsächlich zu lösen. Sie meinen jetzt also neue Begriffe? Genau, neue Begriffe. Das ist so ein bisschen, ja, das würde ich akzeptieren, dass das ein Umgang ist, der dem von Eltern mit Kindern gleicht. Es gab doch diesen Moment, das ist jetzt ein paar Wochen oder vielleicht ein paar Monate her, da waren doch Habeck und, glaube ich, Shem Öztimir irgendwo und haben dort mit Leuten besprochen, die dort leben und dann sagt, glaube ich, Shem Öztimir oder Robert Habeck, ihr müsst euch vorstellen, wir sind so ein bisschen so wie bei euch die Häuptlinge und haben dann mit den Leuten in einer Art und Weise gesprochen, wie ich dachte, um Himmelswillen, was muss ich denn von Leuten halten, wenn ich so mit denen spreche? Ja, das klingt so, in der Tat, gebe ich Ihnen recht. Erleben wir dann nicht auch ein bisschen eine deutsche Überheblichkeit im Health? Ja, die kann natürlich ganz leicht entstehen, natürlich, da muss man sich sehr hüten. Ich habe zum Beispiel auch während meiner Zeit immer wieder unter Entwicklungshelfern oder es sind ja nicht alles nur Entwicklungshelfern, sonst welche Experten, die jahrelang in Afrika waren, erlebt, dass von denen rassistische Töne zu hören waren. Ja, und die Gefahr ist da, wenn man als Fachmann für irgendwas rausgeschickt wird, bemüht sich jahrelang, jahrelang etwas für vernünftig Gehaltenes zu Wege zu bringen, Sie sehen, ich sage das sehr vorsichtig, was für vernünftig gehalten wird, muss nicht unbedingt vernünftig sein, aber wenn man sich redlich bemüht hat und dann sieht, dass nichts gefluchtet hat, da sind wir wieder bei den weißen Elefanten übrigens, wenn Sie das sehen und ich habe das erlebt, wie zum Beispiel jemand, der versucht hat, im Auftrag der Bundesregierung eine Viehzuchtstation einzurichten, die möglicherweise, ich bin kein Fachmann, aber ganz vernünftig geplant war und nach Jahren hat er die wieder besucht und da war ich dabei. Es war alles verrottet und kaputt, alles verrottet und kaputt. Es war überhaupt nichts instand gehalten worden, sondern sobald die ausländische Hilfe aufgehört hatte, auch personell wie finanziell, brach alles zusammen. Wenn jemand das mehrfach erlebt, dann kann man sich vielleicht doch vorstellen, dass da etwas Überheblichkeitsgefühle entstehen können, die natürlich nicht nützen, aber das ist ja auch zum Verzweifeln. In Niamir ist eine Ziegelei gebaut worden, für sechs Millionen Mark war das damals noch. Die Ziegelei, eine moderne, neue, deutsche Ziegelei, die hat nie eine einzige Ziegel produziert. Ja, das können natürlich auch alles die Schuld derer sein, die sich die Ziegelfabrik, die Ziegelei haben, allen verlassen und diese gebaut haben. Aber ich glaube, wenn man nur das sähe, das wäre nicht richtig. Man muss auch die andere Seite sehen und sagen, Leute, mit euch ist doch geredet worden, wollt ihr so ein Ding haben? Da haben die mit Sicherheit ja gesagt, tolle Idee, her damit, aber die haben halt nichts dazu getan, damit diese Fabrik zum Erfolg werden konnte. Überheblichkeit ist ein Gefühl, das sich in einem solchen Konflikt gerne einstellen kann. Eine andere Emotion ist Zorn und Wut. Es gibt Bilder aus einigen Ländern Afrikas, wo Bewegungen immer stärker werden, die einen überhaupt nicht mehr versteckten Hass auf Beiße haben und das auch so artikulieren. Wie sieht es mit diesem Zorn aus und mit dieser neuen Form des Rassismus, wo wieder Schwarz gegen Weiß und Weiß gegen Schwarz glaubt, kämpfen zu müssen? Zorn kann ja auch ein bewegendes Mittel sein, das zu Konstruktivität führen kann. Und ich würde einem zornigen Menschen, einem zornigen Afrikaner, der zornig gegenüber den Weißen ist, sagen, okay, schneiden wir unsere Verbindungen ab, Entwicklungshilfe und so weiter, und du, mein lieber Freund, du wandelst deinen Zorn in Entwicklungsaktivität um. Denn Zorn an sich ist zunächst gut. Aber wenn die Energie, die aus dem Zorn fließen kann, angewandt wird, um autonome Entwicklung zu erzeugen, dann herzlichen Glückwunsch. Das sehe ich aber kaum. Im November 2017 fand in Bonn die 23. Klimakonferenz statt. Und dort war ich bei einem Vortrag von Monique Barbüt und sie ist Vorsitzende des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in der von Düre und oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern. Langer Titel, aber so sind halt die Vereinten Nationen. Aber sie sagte einen sehr spannenden Satz. Sie fragte, wie viele Flüchtlinge müssen eigentlich noch in Vororte der europäischen Großstädte geschwemmt werden, bis Europa erkennt, dass das Problem vor Ort gelöst werden muss. Also in Afrika, das Problem der Migration oder der Wüstenbildung? Der Wüstenbildung und sie argumentiert, dass wenn da nichts getan wird, die jungen Menschen, die sich auch angesprochen haben, dann halt in ihren Ländern keine Zukunft mehr sehen, einfach beschließen, dann ziehe ich halt oder dann migriere ich halt in den Norden. Ja, natürlich ist das so. Ja, aber das ist ja nicht nur die Wüstenbildung, sondern das ist auch die Situation, die sie schön erkennen können, wenn sie durch afrikanische Städte reisen, fahren, gehen und die Massen junger Menschen an den Straßenrändern stehen, sehen, die entweder gar nichts machen oder irgendwelche Brettspiele machen, aber die jedenfalls nichts produzieren. So wie Afrika insgesamt außer Boden Schätzen ja fast nichts produziert. Afrika produziert nichts, Afrika exportiert nichts außer Bodenschätzen. Das müssen sie sich mal klar machen. Das heißt, die Infrastruktur ist gar nicht da, dass die irgendetwas anderes machen können, als die Bodenschätze zu nutzen, die dann aber irgendwann auch nutzlos werden können, wenn der Westen diese Bodenschätze eben nicht mehr braucht. Das ist richtig, aber mit Infrastruktur hat das auch was zu tun, aber das ist der geringere Teil des Problems. Der größere ist, dass es an dem fehlt, was in den Industrieländern hochgeschätzt wird, nämlich ein funktionierendes Unternehmertum. Das gibt es in Afrika kaum. Das Wissen ist da, wie wir am Anfang gesagt haben, das steht zur Verfügung. Viele Afrikaner sind ja auch in Europa und Amerika sonst wo gewesen und haben die Industriegesellschaften und das, was hier auszeichnet, neben allen Problemen, die es auch gibt. Das haben die alles erlebt und jetzt könnte man noch meinen, so, jetzt zurück nach Afrika und jetzt machen wir mal was in Gang und jetzt bauen wir selbst mal Fahrräder, Afrikanische, die dann viel billiger sind oder ich brauche gar nicht das Beispiel, ich gucke einfach in B-Länder, in denen wirtschaftliche Entwicklung ein großer Erfolg geworden ist. Ich gucke nach China, nach dem Zweiten Weltkrieg gucke ich nach Japan. Ich kann mich an die Zeit gut erinnern. Die gucken zu den Philippinen, nach Singapur, die gucken jetzt nach Vietnam, nach Bangladesh. Da explodiert jetzt alles, das wirtschaftliche Wachstum. Warum denn nicht in Afrika? Gute Frage. Ja, ja, ich glaube, das hat damit zu tun, dass, ich benutze mal den etwas vulgären Begriff, aber Sie werden schon verstehen, wie ich ihn meine, weil die Mentalitäten in Afrika versaut sind durch ein Übermaß an Entwicklungshilfe. Es ist ja in den Köpfen vieler Entscheider bei uns immer noch drin, je mehr Geld wir geben für Entwicklungshilfe, desto mehr Entwicklung wird dabei herauskommen. Wir müssten doch nun aus jahrzehntelanger Erfahrung wissen, dass das ein unsinniger, ein falscher Satz ist, aber er ist nicht auszurotten. In den Köpfen derer, entwicklungspolitische Verantwortung tragen, ist das noch fest verwurzelt und ist ein wesentliches Entwicklungshindernis. Monique Babüt bei der 23. Weltklimakonferenz hatte das gut auf den Punkt gebracht, indem sie zwei Länder miteinander verglichen hatte, zwei Länder, die nun nicht in Afrika sind, die aber auch von der Wüstenbildung und so betroffen sind, Israel und Syrien. Das sind zwei Nachbarländer, die somit die gleichen klimatischen Bedingungen haben, aber man kann sagen, dass aus dem einen Land deutlich mehr Flüchtlinge nach Europa kommen, als aus dem anderen, aus dem eigentlich gar keine Flüchtlinge kommen, im Gegenteil, die Leute reisen nach Israel, um dort zu leben. Dann wollen wir mal über die Mentalitätsunterschiede sprechen. Was sind denn die Mentalitätsunterschiede? Was sorgt dafür, dass Israel floriert und Syrien nicht oder auch andere Länder in Afrika eben nicht? Ja, jetzt fragen Sie natürlich ein ganz schwieriges Thema an, aber übrigens das Beispiel ist mir ganz vertraut, denn wenn ich das erwähnen darf, ich traf mal bei einer Gartenpartie in Niamé einen Amerikaner, was machen Sie denn? Ja, da war er auch von der Entwicklungshilfe Organisation und der erzählte, mit welcher Methode sie versuchten, die Wüstenbildung zurückzudrängen und wieder mehr Grünland entstehen zu lassen und die Methode, die kam aus Israel. Die hatten sich angeguckt und davon gelernt, wie die Israelis in der Negev-Wüste grünes Land für die Landwirtschaft hatten entstehen lassen und haben sich gesagt, na, das müsste man doch übertragen auf Afrika und das haben die versucht. Ich fand das so überzeugend, dass ich meine Organisation auch überzeugen konnte, dass man da mal mit einsteigen sollte. Das haben wir dann auch gemacht. Das ist eine Methode, ist eigentlich nicht kompliziert. Ein Stichwort ist die Bildung von kleinen Halbmonden. Es ist eine einfache Methode, nur wissen Sie, in Afrika ist das Problem der Desertifizierung, der Wüstenbildung seit Jahrzehnten bekannt. Afrika hat eine riesige Arbeitslosigkeit. Da frage ich mich, warum haben denn afrikanische Länder, deren Regierungen, die betroffen sind, nicht längst angefangen, ihre jungen Leute dort hinzuschicken, in die Wüste, ihnen diese Bekämpfungsmethoden beizubringen. Und dafür hätten wir dann auch Geld geben können, um die jungen Leute zu bezahlen. In großem Stil hätte man das doch längst machen können. Aber nein, viele oder alle, ja, sagen wir lieber viele afrikanische Regierungen haben es vorgezogen, uns gegenüber die Hand aufzuhalten. Tatsächlich ist das so, das wurde bei der 23. Weltklimakonferenz auch angesprochen, dass immer mehr afrikanische Länder sich an Israel wenden, um dort Entwicklungshilfe zu bekommen, weil, und das haben Sie gerade angesprochen, sie Methoden anwenden, die dann auch vor Ort angewendet werden können. Was ich dort auch gelernt habe, ist total spannend. In Israel haben die Leute sich angeguckt, archäologisch, was haben denn unsere Vorfahren gemacht, um die Wüste zu begrünen, lange bevor es Elektrizität und so gab. Und da gab es eine ganz einfache Methode. Das Problem ist, dass es nicht genug Wasser auf einem Quadratkilometer gab, also hat man dafür gesorgt, dass das Wasser mehr auf kleinere Gebiete sich konzentrieren konnte. Man hat so Wellen gemacht, also so Hügel, sodass das Wasser dann immer so in die Rinnen ging und die konnte man dann halt begrünen. Das war eine Methode, die kann man auch ohne große technologische Mittel realisieren und das haben die einfach gemacht. Ja, das ist dasselbe, wovon ich geredet habe. Ich habe eben das Wort Halbmonde erwähnt und die Halbmonde sind dazu da, Regenwasser zurückzuhalten, es nicht versickern zu lassen, sondern zu halten und dann hat man an der Stelle, wo man dann den Boden feuchter hatte, Pflanzen eingesetzt. Ja, das ist die israelische Methode. Aber das ist eben auch die Methode, den Leuten zu helfen, sich selbst helfen zu können. Und da sind wir wieder bei dem Thema, genau das wird leider nicht gemacht. Warum ändert sich da nichts? Weil so wie es ist, für diejenigen, die entscheiden, also die politische Oberschicht, ist es doch so viel einfacher. Die kassieren die Millionen und Milliarden ein. Nur ein Beispiel. Ich erinnere mich, wie der Präsident des Nigers von einer großen Reise zurückkam, eine Pressekonferenz gab und erzählte, er hat Zusagen von so und so viele Millionen oder manchmal auch Milliarden in der Höhe von so und so dort bekommen und hier so viel und hat also die Zusagen für Entwicklungshilfe aufgezählt und meinte damit also jetzt wirklich strahlen zu können und meinte wohl auch, dass das was mit Entwicklungshilfe zu tun habe, mit Entwicklung, mit Entwicklung hat es gar nichts zu tun. Das Einsammeln von Spendengeldern ist eher ein Entwicklungshindernis als ein Weg zu mehr Entwicklung. Und die Oberschicht lebt ja gut. Also die schwimmen im Geld. Die schwimmen im Geld. Für die wäre jede Änderung natürlich ein Verlust. Und deswegen ist es auch so, dass diejenigen, die bei uns rufen nach mehr Entwicklungshilfe, das sind die getreuesten Helfer der Schmarotzer, dieser Schmarotzer Oberschicht in Afrika. Übrigens diese COP 23, das war für mich auch ein Erlebnis, also furchtbar. Die Konferenz war ja in Bonn und da waren ja zum Beispiel auch aus dem Niger Hunderte Leute, Hunderte. Wer bezahlt denn diese teuren Geschichten? Ja, Entwicklungshilfe oder Bodenschätze. Wie gesagt, Afrika verdient ja gar nichts. Durch die Kraft des Geistes und der Arme, der Hände verdient Afrika so gut wie nichts. Es ist niederschmetternd. Und dann hörte ich, dass die Nicht eines afrikanischen Freundes, der dort so ein Stammeschef ist, ein ganz wunderbarer Mensch, Amiru Kirtashi. Sein afrikanischer Titel war Amiru und der war in Kirtashi und ich habe den oft gesehen, der lebt auch noch und einer meiner schönsten Abende in Afrika war, als wir vor seinem Haus saßen und er hatte gegrillt. Es war eine klare Mondnacht und schön wohltuend warm. Einfach wunderbar. Wunderbar. Und dessen Nichte, so sagte mir dann jemand, ist Energieministerin im Niger und die wollte mich auch wohl kennenlernen, weil der Onkel gesagt hat, da kenne ich ja jemanden in Köln, denn sie wohnte dann im Hotel Ernst. Sie können sich vorstellen, was zur Zeit einer solchen Konferenz ging gegen 500 Euro. Das ist im Hotel dieser Art nichts Besonderes. Da wohnte die. Ich denke, ich kriege einen Schlag. Und naja, wir haben dann geredet, aber da ging es auch nur um Geld, die Hand aufhalten und zu das furchtbar. Und dann sagt sie, ja, wir fliegen heute Nachmittag zurück, ich habe aber noch ein paar Stunden Zeit. Ich sage, Sie sind ja hier direkt neben dem Kölner Dom, können Sie sich den begucken, das lohnt sich auf jeden Fall. Das interessierte sie aber nicht. Sagt sie, sie möchte sich lieber ein neues Handtäschchen kaufen. Das wollte sie gern. Ja, da war wieder alles. Feierabend. Aber ich suche immer noch Auswege. Aber es ist so verfahren. Gehen Sie mal ins Internet und gucken sich Hochzeiten an. Warte mal, der letzte Präsident Nigerias, denn jetzt, die haben vor einem halben Jahr Wahlen gehabt, es gibt einen neuen, der davor war, der vorletzte Präsident Nigerian. Sie meinen Herrn Buhari? Buhari. Und die Hochzeitsfeier, gucken Sie mal, Marriage, Daughter oder Son of Buhari und gucken Sie sich diese Bilder an. Unfassbar. Die schwimmen im Luxus. Da sind Hors d'oeuvres eingeflogen worden, aus Frankreich und so weiter. ist unfassbar. Unfassbar. Und vor den Türen oder auf den Straßen sitzen die Leute und ja, haben keine Heilung für ihre Krankheiten und haben oft nicht genug zu essen und das ist von hohem symbolischen Wert, diese Bilder zu sehen. Ich kann das nur empfehlen. Es ist ja immer der Effekt, dass die Leute von den Töpfen profitieren, die am nächsten zu den Töpfen sitzen. Ja, die Menschen, die in der Nähe des breiten Stromes sitzen, der die Entwicklungshilfe bedeutet, das ist ein Strom von Geld, der da fließt, den Menschen, die da in der Nähe sind, denen geht es gut. Und zwar egal, ob sie an der Quelle sitzen oder an der Mündung des Stroms. Denen geht es prima. Ich habe bei Ihnen zwei Diagramme gefunden, nämlich einmal die Entwicklungshilfe und das Wachstum von Sub-Sahara-Afrika und die Entwicklungshilfe und das Wachstum in Südasien. Und das Spannende ist, dass die Entwicklungshilfe in den Ländern der Sub-Sahara deutlich höher ausfällt, aber dafür das Wachstum in Südasien deutlich besser ist. Da komme ich auf die Frage zurück, die wir gerade so ein bisschen vermieden haben. Was sind denn die Mentalitätsunterschiede? Ja, eins noch vorweg, weil das so ist, wie Sie eben gesagt haben, deswegen ist es so, dass immer mehr Menschen, die sich mit diesem Problem beschäftigen, der Meinung sind, man sollte mit der Entwicklungshilfe allmählich mal Schluss machen. Wenn wir nichts Wesentliches ändern, werden wir in 300 Jahren immer noch ein Entwicklungshilfeministerium haben. Es muss doch begreiflich sein, dass das der falsche Weg ist, der nichts gebracht hat, der eher noch ein Bremsen von autonomer, darauf kommt es ja an, autonomer Entwicklung bewirkt hat. Die Mentalität, ja, ich glaube auch, dass, wie gesagt, dass die Entwicklungshilfe einen verheerenden Einfluss gehabt hat auf die Mentalitäten der Menschen. Sie haben gelernt, wenn sie etwas erreichen möchten, etwas haben möchten, dann müssen sie sich an eine ausländische Entwicklungshilfeorganisation wenden, an einen ausländischen Staat und sagen, Leute, könnt ihr uns nicht ein bisschen mehr Geld geben? Wir wollen nämlich die und die Straße bauen. Dann sagen wir, oh ja, kein Problem. Natürlich wird das ein bisschen geprüft, so ist ja nicht. Aber im Grunde genommen ist es so. Dann bezahlen wir die Straße, die jede Straße in Afrika könnte, weil es sich um ein technologisch überschaubares Problem handelt, von den Menschen selbst dort gelöst war. Warum tun wir das? Weil wir auf dem Geldsack sitzen und irgendwie muss das ja raus anscheinend. Also da kann man eigentlich nur noch zynisch antworten. Ich habe vielleicht eine Antwort. Wenn man sich mal Deutschland anschaut, unser Steuersystem ist ja völlig absurd und gehört auf jeden Fall reformiert. Aber die Leute tun es nicht, weil ich glaube, sie haben Angst, es gibt so viele Steuerberater, die gut Geld verdienen, dadurch, dass es halt dieses komplett komplizierte Steuersystem gibt, dass die Angst haben, wie viele Arbeitslose wir auf einmal hätten, wenn wir ein vernünftiges Steuersystem hätten. Kann es einfach sein, dass so viele Leute in der Entwicklungsarbeit tätig sind, dass man einfach Angst hat, wenn das Problem in Afrika gelöst ist, dass sehr viele Leute auch in Deutschland arbeitslos werden? Ja, also mit dem Problem der Steuerberater lasse ich sie allein. Da steige ich nicht ein. Aber Sie haben in dem anderen Punkt recht. Wenn Sie sich angucken, wie die Entwicklungshilfe, Maschinerie weltweit aussieht, das ist ja gigantisch. Allein in Deutschland, es gibt die Bundesregierung, es gibt die Länderregierungen, es gibt die kirchlichen und sonstigen Organisationen, wie etwa die Welthungerhilfe und so weiter, aus Deutschland fließen, glaube ich, Jahr für Jahr allein an staatlicher Hilfe um die 30 Milliarden Euro raus. Und ein Großteil natürlich nach Afrika. Und die Organisationen, die das verarbeiten, also etwa die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die GIZ, natürlich macht die nicht nur Mist, aber sie arbeitet in einem Gefüge, das insgesamt, nach meiner Einschätzung, eher negativ ist. Und Sie haben die Entwicklungshilfeorganisationen der Vereinten Nationen, Sie haben die Franzosen und Engländer und Amerikaner, die alle große Organisationen, das sind ja insgesamt wahrscheinlich Millionen Menschen, die davon leben, so ein Unternehmen, so eine Maschinerie, die können Sie gar nicht stoppen. Und zwar in dem Sinne, wie Sie eben gesagt haben, die hat inzwischen ein solches Ausmaß erreicht, dass Sie die gar nicht mehr abgebremst kriegen. Ich glaube, dass das in der Tat ein Kernproblem der Sache ist. Wenn wir sagen wollten, wir hören auf mit Entwicklungshilfe oder degressiv, langsam fahren wir das zurück, das geht überhaupt nicht. Das geht technisch gar nicht. Die Frage ist auch, was würde denn dann in den Ländern passieren? Weil wenn die Abhängigkeit erstmal da ist, ist sie da. Und wenn man dann sagt, so und jetzt hören wir auf mit der Entwicklungshilfe, die keine Hilfe war, aber wird es dann nicht erstmal schlimmer? Das wird dann hier und da kneifen zu Beginn. Auf längere Sicht wird es zu mehr Entwicklung führen. Das ist meine Überzeugung. Das heißt aber auch, dass die Regierungen, die davon abhängig waren von der Entwicklungshilfe, dass die dann auch keine Zukunft haben. Das heißt, es wird dann auch erstmal politische Umbrüche geben. Das ist doch wunderbar. Ich sage afrikanischen Freunden immer, jagt diese ganzen Völker, diese Blutsauger, die euch regieren, jagt die in die Wüste. Das ist doch eine der schweren Krankheiten Afrikas, dass es nicht erreicht worden ist, die afrikanischen Länder mit Regierungen auszustatten, dass die Bevölkerung nicht dafür sorgen konnte, Regierungen zu installieren, die das Wohl der Menschen im Auge haben und dafür arbeiten. Zum Schluss, weil sie lange selber in Afrika gelebt haben. Eine positive Frage. Was für positive Erfahrungen und Lehren haben sie denn von Afrika mitgenommen? Einmal das Gefühl, dass es schön war, da gewesen zu sein. Und das Ergebnis, dass ich bis heute enge Freundschaften pflege mit Afrikanern aus dieser Zeit damals, ich telefoniere mindestens einmal die Woche mit afrikanischen Freunden. Das ist ja so schön billig geworden mit WhatsApp und was der Teufel was. Ja, es ist schön. Ich habe so viel Herzlichkeit, so viel Hilfsbereitschaft und so viel Wohltuendes, so viel Freundschaftliches erlebt. Und vor allen Dingen, das spielt bei mir auch noch eine Rolle, und es ist mir gelungen, das würde ich schon sagen, Freundschaften zu Wege zu bringen, in denen es keine Höhenunterschiede gibt. Wir begegnen uns wirklich auf derselben Ebene. Wir sprechen miteinander über intime Probleme, die nur menschlicher Natur sind, egal wo die Menschen leben, ob sie in Afrika oder in Europa sind. Und dieses Gemeinsame an Menschlichkeit, das ist das, was mich enorm beeindruckt, dass das möglich ist. Man könnte ja meinen, naja, wenn die Menschen unter derart verschiedenen Umständen leben, dann können die eigentlich nicht wirklich freundschaftlich zusammenkommen. Doch, können sie. Schöne letzte Worte. Vielen, vielen Dank für das sehr informative, wunderbare Gespräch. Na, es ist. Musik Musik Musik